Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem mittlerweile sechsten Vlog auf YouTube und auf Steemit zum Thema Horn spielen, Horn lernen. Ich habe ein paar schöne Upvotes diese Woche bekommen bei Steemit, unter anderem auch für meine Hornvideos. Da habe ich einen richtig dicken Whale-Upvote von Plucktrades bekommen. Und bei Open Mic haben wir es hochgeladen. Mit Federico und Finkers zusammen hatte ich Daniel Barna gemacht. Das seht ihr auch auf meinem Channel. Das geht ein bisschen in eine andere Richtung natürlich. Aber da haben wir auch einen schönen Curry für bekommen. Also richtig cool und von dem Geld habe ich mir natürlich hier schon ein dickes Orchester eingekauft, wie ihr seht. Das HR-Sinfonieorchester. Ich wollte es einfach heute nochmal für euch hoch auf den Berg tief im Tal spielen. Ich finde, ich habe da einige Fortschritte gemacht und die wollte ich euch heute mal... Ich finde, ich habe da einige Fortschritte gemacht, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. Wie ihr seht oder hört, ist das ja um einiges stabiler geworden. Zumindest bei diesem Durchgang jetzt. Ich bin gerade ganz überrascht selber, dass der mir so gut gelungen ist. Ich konnte regelrecht...